So, Nachbarn sind abgeklappert, ein bisschen Energie kam zusammen, jetzt haben wir auch die 2 Millionen mal wieder geknackt bei dem Silber. Oh ja. So, ich werde mich jetzt hier an die letzte Mission rantrauen. Wir machen jetzt hier Mission 19, befreie Captain Britain, Black Knight und Union Jack. Captain Britain und Jack von Draculas Zauber oder besiege Dracula Mission 3 mit Angriffsteam Lamia. Wenn ich mal wüsste, wer er da ist. Wir nehmen jetzt einfach mal die linke Seite. Ich hätte wissen müssen, dass wir hier nicht so einfach rauskamen. Dracula hat sich blicken lassen, ja. Er weiß, dass wir das Buch haben und er will verhindern, ja, dass es zurück nach New York gelangt, ja. Also hat er es mit Gedanken getroffen versucht und jetzt stehen Black Knight, Union Jack und Captain Britain zwischen uns und eine sauber Flucht. Und eine sauber Flucht. Okay, also wir sind hier richtig. Der MI-13 leitet uns einen neuen Quidget, aber es gibt einen Haken. Wir haben erst statt Erlaubnis, wenn wir die 3 wieder normalisiert haben. Die Utik, Leute. Okay. Dann wollen wir mal. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. So, dann schicken wir mal einen beliebigen Helden los. Black Widow. Alle Melden, alle Mitglieder von Angriffsteam Lamia müssen in engenem Kontakt bleiben, weil wir rauskommen und niemanden zurücklassen wollen. Gut. Dann wollen wir mal. Wie lange, Entschuldigung. Wie lange braucht eigentlich noch? Ach, keine Wollbrauchsteam. Vielleicht schon fertig. Da kann ich ja aber noch schon auch ein klatschen. Bin ich auch bald fertig. So, jetzt müssen wir jetzt mal schauen. Wann habe ich denn alles dabei? Mich nicht. Cyclops, War Machine, Tor. Wolverine, Psylocke, Sabre. Vollstack. Phantomax. Den probieren wir mal aus. Und Psylocke, tun wir mal rein. Phantomax habe ich noch gar nicht, weil ich habe den ja selber. Und Tor hängt da oben. Und die möchte ich dann gerne mal ausprobieren, austesten. Bonusangriff gefällt mir immer gut. Ich konnte erstmal Engel-SOG-Wallner mit Magnetro-E-F-Oxon gerne. So, Phantome, dann haben wir Alonzi, Alonzi und Diabolik. Ich mache jetzt mal die zweite. Was denn? So, der ist weg. So, damit die dann richtig schön reinhauen. Ufo-Eva. Ei, 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 ei. Ich habe die letzte Attacke auch schon mal gesehen. Die tat echt weh. Also ihm, nicht mir. So, damit haben wir den ersten Kampf geschafft. Ja, wir wollen hier schnell durch. Ja, Phantomex, wie viel kostest du eigentlich? 135. Okay. Schick über diejenigen Helden. Cyclops. Phantomex und Blade haben sich gemeldet. Fury, hat der Rest sich auch gemeldet? Ja, wir haben alle. In Bewegung bleiben. Black Knight hat soeben die Flugkontrolle von MI-13 außergefecht gesetzt. Wir kommen nicht weit, wenn sie den Flugverkehr des MI-13 kontrollieren. Ich bin bereit, ja. Vampiro soll kein Problem sein, aber ich will denen nicht mehr schaden, also ich muss, ne? Gibt es eine spezielle Technik, um Katakenkontrolle zu brechen? Hast du den Papier zu töten, der dafür verantwortlich ist, ne? Na, nicht wirklich. Manchmal helfen ein paar Schläge auf dein Kopf, ja? Dann probier's mal aus. So, hier will schon der Nächste rein. Da kommt War Machine rein. So. Also Black Widow bleibt. Cyclops geht raus, definitiv. Wenn ich einen starken Stehen habe, bleibst du. Und Torto bleibst auch. Alles ohne mich, ohne Items, ohne irgendwas. Das ist nicht gerade einfach. Das ist wirklich schwer. Da ich keine Items einsetzen kann. Agent SG-Pato, komm mal her. So, die Rüchung ist wieder weg. Der Schaden war aber klein. Aber danke. Der muss schon mal verschwinden. Der beschützt ja eh immer alle. So, das war schon mal ein guter Schaden. Doch, Blutung und alles kriegen wir ja jetzt die ganze Rüche nicht. Der kann schon mal verschwinden. So, da hab ich mal Ruhe. Ja. Ach du bist weg. Und wie der weg ist. Mach's tatsächlich nicht mit dem auch nochmal. Mach der auch. Der hat wirklich beide gekillt. Uh, das... Ja, das war klasse. Oh, der Nächste. Captain Ritten hat unseren Zugang zum Quidget abgeschnitten. Psylocke ist unsere beste Option. Das wird unangenehm. Genau wie Dracula es will. Er versucht alles, um uns hier hinzuhalten, während er probiert an das Buch zu kommen. Psylocke, dein Bruder ist unterwegs zu dir. Wir können den Quidget nicht erreichen, bis wir... Ja, ich weiß. Obwohl sich die Frage stellt, wieso ihr nicht einfach ein Passagierflugzeug nehmt? Entschuldigung, sind wir uns schon mal begegnet? Passagierflugzeug? Ich? Also, eine Macke. Ein Infiltrator. Black Widow. Raido. So. Wen brauchen wir hier eigentlich? Blade? Psylocke. Okay. Machen wir jetzt das hier? Ja, letztes Psylocke ist noch da. Das ist schlecht. Psylocke ist gesetzt. Ne, wir lassen das so. So ist besser, so ist besser. Ist es mir lieber. Aber die dürfen alle anfangen. Autsch. Ja, das hast du davon. Erstmal Ancient 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 Copser. Constrictor um die Ecke. Shawarma? Du verarschst mich jetzt. Okay. Schott sagen. Ich wollte schon sagen. So. Mit dem hat er gekillt. Das wird für den Operkill. Richtig episch ab. Und mit mentale Koalition ungestärkt sind die unglaublich stark. Der ist weg. Ich habe meine Ruhe. Fast. Also doch momentan, wir am Schnürchen. Oh, schon wieder eine Truthandkeule. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut das jetzt tot ist. Ui. Das war knapp. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt. Phantom X, du bist am nächsten an Union Jack Jordan. Er führt einen Einsatzruf von Vampiren in den Hangar mit unserem geliehenen Quinjet. Tower Defense? Mein Lieblingsspiel, ne? Einen niemand wird den Quinjet auch nur berühren, ne? Oh, soll ich hier auch geraten haben. So, du bist fertig. Blades, heute ist dein Glückstag. Eine Gruppe von Vampiren ist direkt hinter dir. Wenn du sie nicht fehlst oder mit Knoblauch fütterst oder so, werden sie den Quinjet vor uns erreichen. Hör dir die Schuhe. So, wer kommt denn hier hin? Ein Vernichter. All meine sind beschäftigt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist eine komische Sache. Na, mal abwarten. Wenn Zeitgrubbs fertig ist. Aber der ist auch Taktiker meiner Meinung nach. Oder? Oh, da bin ich doof. Ich bin wohl doof heute. Jo, der ist schon fast tot. Also, äh, ja. Das ging schnell. Agent Awesome kommt jetzt erstmal. Okay. Okay. Das Holo-Schild. Okay. So. So. Die haben ja jetzt so Kriegsverbot nicht. Die dürften meiner Meinung nach noch stärker werden mit der Kombo hier. Der müsste den nach oben, müsste Tor jetzt eigentlich meiner Meinung nach sogar one-hitten. Jo. Da bin ich gar kein Zweifel. Ja, das war toll. Das läuft ganz geschmiert heute. Also da jetzt auf jeden Fall. Dracula persönlich, ich habe einen Vlog speziell für ihn gespitzt, ja? Vielleicht kann ich ihn heute benutzen. Pass auf seine Gedankenkontrolle auf. Wenn er das bei Captain Britain geschafft hat, kann er es vielleicht jedem von uns antun. Das nennt man Verführung. Was nennt man Verführung, ja? Die Gedankenkontrolle der Vampire. Oh, dann lass dich nicht verführen. Sag ich doch, ist auch Taktiker? Du bist ein Infiltrator. Kriegen aber auch kein Reagenzglas zusammen. So, das heißt, wir haben einfach keinen Vernichter hier. Doch, kann man nichts machen. So, wir haben hier viel zu tun. Übeltäter anführen, Miniboss. Okay, dann machen wir jetzt erstmal hier. Wir machen jetzt einfach mal voll. Also Dracula, wenn wir das haben, machen wir die alle drei. Okay, wir probieren es gleich einfach mal. Wir müssen ISO sparen. So, die hier ist raus. Wir machen jetzt ernst. Sabre. Wie ist das jetzt? Mit Wolverine zusammen. So, erstmal kommt Agent SOG Dini. Spider-Woman. Okay. So, erstmal Tor. Das istVID WA-IN. So, das geht schon. So, also manufacturer. Weшь. Okay. So, der ist weg. Ich hab gesagt, er soll zurückkommen. Hier ist unser Super, weiß wie das geht, siehste. Ja. Oh, wie der das weiß. Hoho. Okay, der ist auf jeden Fall auch down. Jetzt kommt die nächste Welle. Da schnappst du schon mal den ersten. Der da, die dürfen beide nicht angreifen, so. Das ging schnell. So wie sich das gehört. So, jetzt kommen wir hier hin. Das haben wir auf Psylocke gesetzt. Ja, kommt gut klar. Der Rest wird aber, wenn ich die alle auf einmal machen will, wird wirklich schwer. Weil ich auch nicht weiß, wie das so läuft, ne? So. Agent SOG Hansa. Kommt mit Gordon, heißt der, glaube ich. Intensivtraining. Den ist beiden schwindig irgendwie, sind beide verlangsamt. Also ich bin mir überlegen, Psylocke und War Machine zum jeweiligen Teamwork mit reinzupacken. Einmal ist Psylocke ja eh gesetzt. Boah, der Schaden. Aber der ist jetzt nicht tot. Aber davon. Ja, komm. Den bringen wir jetzt direkt mit um. So, damit der gar nicht auf die Idee kommt, anzugreifen. Das ist jetzt schon die nächste Welle dran. So, down. Down. So, das ging schnell. So, das müssen wir so machen. Die anderen müssen wir, können wir alle so machen, äh, auf einmal machen. Also, wir haben mit, uch. Wir lassen die Kombo. Eins, zwei, drei. Ja, gut. Viele Ziele. Die Kombo bleibt. Blade ist ja gesetzt. Brrrr. Boah, der ist schon wieder hier. Boah, der geht mir so im Sack. Und jetzt erstmal Agent-ASUG-Twinsen. Ja, schläft es zu laut. Quecksilber. Okay, der ist weg. Dann haben wir den ersten schon mal gekillt. Davon insgesamt habe ich zwölf. Und das Schöne ist ja, wir können keine Items einladen. Das heißt, sind wir tot? Sozusagen das daneben. Das heißt, wir müssen den wieder machen. Die erste Welle ist fertig. Wollen wir noch zwei? Und noch sind wir alle voll. Nee, der ist ja am liebsten, du schlägst zurück. Das ist jetzt wichtig, wo wir hier sind. Schön, wenn das daneben geht. Aber der schlägt nicht zurück. Der sieht's nicht ein. Das wird ne gefährliche zweite Welle. Das wird ne gefährliche zweite Welle. Gehen zu gehen, Frau. Oh, der ist weg. Da machst du nur so ein Schildchen. Hey, wir können doch Items nehmen. Wie geil ist das denn? Wo geht das? Geil, dann können wir uns ja auch so mal besorgen. Da füsche ich jetzt gar nicht. Inscre fale ich. Das ist doch ein Schildchen. Das ist doch ein Schildchen. Das ist doch ein Schildchen. Das läuft gut. So, die nächste Welle, also letzte Welle, das wird mit Psylocke freut, sie hat einen, die sie in Ruhe angreifen kann. Andere machen wir dann beim nächsten Mal, weil mir geht auch die Zeit flöten. Hey, aber wir kommen erst mal gut voran. Oh, der hat 5 Pausen, als er anfühlt. Ach so. Das wird eh nicht überleben. Kann ich doch. Der zweite ist weg. Was war das? Schattenmantel? Wo kommt denn der her? Sag mal, warum weiß ich davon nichts? Arschlecken. Ich dachte wir das ja doch nehmen können. Der Zuglang ist nicht seine Stärke, irgendwie. Oder noch. Nur alles zurück. Das reicht schon. Er ist sowas von tot. Oh Gott. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Genau, dafür bin ich auf der Erde. Sind doch noch mehr Gedanken gescheuert, Verbündete. Wir können erst abflängen, wenn wir uns um alle gekümmert haben. Und wenn ich mich um Dracula gekümmert habe. Das wäre großartig. Machen wir es so. Okay, dann wollen wir mal. Das wird nicht einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass du gerade viel Spaß hast, Papierjäger. Warum konntest du das jetzt mal aus so vielen Zielen auswählen? Ich bleibe gerne im Training, ja. Wenn das so ist, solltest du mich nicht töten. Was würdest du da tun? Ich möchte mich an einem ruhigen Ort zur Ruhe setzen, an dem die Toten tot bleiben. Sehe ich genauso. Welche gute Idee. Okay, also Psylocke ist gesetzt, habe ich gesagt. Und jetzt kommt Humormachine dazu. Und das sollte hoffentlich... Ich habe noch die Chance auf eine Tutankäule. Die macht sogar Schaden. Ne, ich stelle Gesundheit wieder her. Nicht schlechtes Best. Oh, Black Knight und Union Jack und Captain Britain habe ich hier. Boah, haben die viel. Oh Gott. Was habe ich da nur getan? Agent Smith, du musst sofort herkommen. Oh Gott. Was habe ich nur getan? Oh Gott. Uh... Oh Gott... Boah, was ist Pflicht. Genau, den schaden will ich sehen. Kasszus Have to get out the game starting out at you. Oh Gott... Oh Gott... Alles schön daneben, das hat mir gefallen Auch daneben hat mir sehr gut gefallen Das ist nicht einfach Autsch Aber die erste Welle haben wir gleich Aber ich stirb Gott sei Dank eh Immer noch nicht Okay, dann werde ich jetzt heilen Die zweite Welle Lass mal alles weg An Buffs Du Wir müssen Ausdauer haben Und du machst so Und dann stirbt er von alleine Und alles ist voll Genau, so Jetzt kommt die Kacke hier Und das wird jetzt pervers gemein Ne, wir machen sofort so Ich will mit dem nichts zu tun haben Die vier Vertrauen sind weg Und er wird jetzt auch sterben Gut, dann kommt jetzt schon die letzte Welle Das ist schon Dracula Hier geht es jetzt direkt saften Zu schwachen gehalten Oh, der Schaden ist schon gut So, er hat schon sehr viel eingebüßt Aber das war noch nicht alles Da kommt noch was Wann ist man ein Mensch? Leben oder Tod? Mach weiter Fähler, aua Blutungen Beeinträchtigt Okay, dann machen wir dich jetzt auch noch weiter zu Oh, der geht aber schnell Bin ehrlich Der ist schon mal ran Nebelgeschwörn Schon entfernt Wegducken Fähleräuse geschwörn Oh Gott, der geht aber jetzt richtig ab hier Aber der hat nicht mehr viel Oh, das war's Oder? Hallo, du bist tot Flucht Wir haben gewonnen Das war klasse Die XIV-19 ist dann abgeschlossen Oh, was können wir denn kriegen? Ein erweitertes Vampir-ISO-8 Heap Ausgerüsteter Heapangriff Erhändel Vampirstoß Kann niemand angriffen Den hätte ich gern Dann Da ist der Pfahlhammer Den hab ich schon Also hätte ich gern das Das Oder das Oder das Ja, drei Kommandopunkte Nehm ich auch gerne Fertig Ich hatte ihn Und das wusste er, ja Das erklärt sein Verschwinden In einer Rauchwolke Nebelstark Er wird zu Nebel, ja Für mich sah es wie eine Rauchwolke aus Aber ich bin kein Experte in sowas, ne Schnell zum Cridget Wenn Dracula aus diesem Kampf geflohen ist Dann wartet er sicher in New York auf uns Verlass dich drauf Wenigstens sind unsere Excalibur-Kollegen nicht mehr verführt Sie kümmern sich um das restliche Papierchaos Das wir zurücklassen müssen Aber klasse wie wir das Mit einem Im First Try geschafft haben Mal gucken Da müsste ich auch Darum kommen hier 214.000 Mal gucken Zwei Sterne auf jeden Fall Zweieinhalb Das ist klasse So Okay Wir haben das Buch Und unsere Freunde aus GB Aus Draculous Fang Befreit Hat Team X-Progress Eine Sammlung von den Mountain In New York beendet Das finden wir raus Weil wir dort sind Zellock ist an Bord Los geht's Blade Wie wäre es mit einem Nachtflug nach New York Dort gibt es bestimmt viele Vampire Außerdem glauben wir Dass Dracula dorthin unterwegs ist Ich habe für alle Fälle Mein Reisepass dabei, ja Was? Keine Sprüche wegen des Nachtflugs? Wann starten wir? Ha? So, das geile ist ja Wenn wir das hier geschafft haben Ähm Das hier Haben wir auch automatisch drei Sterne Und schalten dann wahrscheinlich auch Hier Dann sind wir hier Mission 4 Aber das Sehen wir dann beim nächsten Mal Bei Marvel Avengers Alliance Ich hoffe es hat euch gefallen Und Spaß gemacht Mir auf jeden Fall Wie immer Ist sehr spannend Eine sehr lange Finde ich diesmal Spezialoperation Hier das ist leider echt scheiße Dass wir davon jetzt nicht Nur einen einzigen heute gefunden haben Und ich brauche dringend 1000 ISO Damit das klappt Ich könnte mir jetzt auch welche kaufen Für einen neuen Gold Würde ich 90 ISO kriegen Also das wäre Schwachsinn Naja Bis zum nächsten Mal dann Dann geht's weiter Und dann befreien wir Die Fackels Garbage Und Deadpool Und dann Gehen wir hier hin Also Bis dann Ciao Bis zum nächsten Mal dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.